Willkommen, schön, dass Sie dabei sind beim DAX-Check heute am Mittwoch. Guten Morgen, Thomas. Gestern haben wir 0,5 Prozent im DAX hinzugewonnen, aber es sah jetzt vorbörslich schon danach aus, als ob wir die wieder abgeben. Zwischenzeitlich, wir gucken mal, wie er dann momentan, oder wie er jetzt auch gleich startet. In wenigen Momenten ist es ja dann gleich soweit und der erste Kurs steht fest. Gestern hatten wir schon fünf Bilanzen aus dem DAX, oder Konzerne, die Zahlen vorgelegt haben, heute sogar sechs. Also wir sind wirklich in der Hochphase der Bilanzsaison. Wie wirkt sich das Zahlengemenge momentan aus? Ich habe mir jetzt speziell mal Siemens angesehen, rund drei Prozent im Plus. Und als Schwergewicht zieht natürlich Siemens dann den DAX, denke ich mal, etwas nach oben. Also ich glaube nicht, dass wir da jetzt große Verluste haben. Unigree, leichte Abgaben, Lufthansa nach Katastrophenzahlen leicht im Plus, war ja wahrscheinlich so zu erwarten. Wobei ich mich fragen soll, wie die Lufthansa da so schnell auf den grünen Zweig kommen will. Okay, aber wir reden jetzt mal ja auch über den Index. Und da spielen ja nicht nur jetzt die DAX-Zahlen eine Rolle. Auch das neue Konjunkturprogramm in Amerika ist da sicherlich eine Überlegung wert. Noch gibt es keine Einigung. Die Demokraten fordern weitere Zugeständnisse von den Republikanern. Und ja, China, USA. Auch die Spannungen sind ein Thema. Geht um TikTok. Ja, also es ist wieder einiges zu verdauen. Und dann kommt noch das warme Wetter hinzu, dass wir auch langsam verdauen. Genau, gar nicht am Markt. Oder wir handeln momentan nicht, sind im Urlaub. Der DAX ist jetzt ziemlich unbewegt. Es ist ein kleines Plus, 0,07 Prozent. Also nahezu unverändert. Ein paar Pünktchen liegt jetzt momentan zu. Wir gucken uns mal die Charttechnik an. Genau. Zum gestrigen Schlusskurs hat sich schon mal nichts wirklich getan. Genau. Dann kann man mit den Kursen von gestern arbeiten. Ja. Was ist passiert? Nochmal zurück Ende Juli. Den Abverkauf mal in Richtung 200-Tage-Linie. Das war sehr knapp. Positiv ist, dass wir eben diese Marke verteidigt haben. Dass wir auch wieder über 12,5 sind. Auch wieder positiv. Jetzt hier diese Range hier oder diese, die wir hier zwischen 13.000 und 12,7 haben. Da müssen wir raus, um eben Angriff aufs Jahreshoch und dann eben weiter im weiteren Verlauf, nicht aufs Jahreshoch, auf das Verlaufshoch und dann im weiteren Verlauf eben hier das Gap zumachen. Bei 13,5 also das ist wichtig auf der Unterseite, auf der Oberseite, auf der Unterseite natürlich die 200-Tage-Linie und auch die 12.500-Punkte-Marke. Na schon, ob es gelingt, das Gap zu schließen, bevor es hier aus dem Chart verschwindet. Aber wir haben ja auch längerfristige Charts, die können wir dann zur Not einblenden. Es gibt kein Produkt, der Vollständigkeit hat, also kein aktuelles, neues. Im Moment drängt sich das nicht auf. Wir sind, wie gesagt, wir sind saisonal bedingt auch in einer schwierigen Börsenphase. Die Volatilität ist wieder etwas angesprungen, macht es nicht einfacher zu handeln. Also von daher halten wir uns einfach mal jetzt definitiv zurück und warten ab. Okay, der DAX tänzelt ein bisschen um die Nulllinie quasi. Klar, das ist ein Mini-Minus. Dankeschön erstmal für heute. Thomas, wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie mögen, um neun zum DAX-Check. Bis dahin.